äh ja Digga feedmau jetzt ist ein bisschen Spielidee was man spielen kann ich weiß wer es war alles gut Digga feedmau mehr ich hab es gesehen bei deinem Spore also vom Killerspon sind einfach zwei Stück gleich pro spiel das mal eine Runde boah man was soll das denn denn was soll das machen und wieder nur zu dritt ja ja spielt das mal eine Runde ich komm gleich wer ist der Dummies ich glaub das erste Mal egal kann ja bisschen lernen Hallo Pfff der Dummies extra nerven damit der bisschen lernt Pfff na komm doch ey schau mal Streamer an wir sind am zocken er sagt stopp mal Streamer wenn ihr habt ihr Pech gehabt Pfff auf auf Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh mein Gott. Dank. Ja. Ab ist. Hat er dich geschlagen? Ja. Nimm ihn, nimm ihn im Seil. Nimm ihn im Seil. Weißt du, wie es geht? Nee, was denn? Rechts, links klick. Wie du schlägst, dann ist so ein Seil an ihn. Probier mal. Ach schon. Dann gehst du schnell zu dieser Einfrieren, bevor er aufsteht wieder. Mega feet more, da. Wenn du willst campen, mir doch egal. Nee, bin ich so ein, ne? Bringt ja nix, hast du gesagt. Also wofür? Doch, wenn du ein bisschen weiter entfernt bist. Wenn du oben, oben siehst du auch, sein Leben geht weg. Egal schon, egal, lernst du schon, lernst du schon. Hinter dir. Pass auf. Ah, du wichst. Er wusste, dass er richtig ein bisschen Wunderfähigkeit benutzt, ne? Echt? Ah! Bleib mal hier. Okay, Digga, mit dem kann man keinen Spaß machen. Er sagt so gut. Ja, bruder, ich kenn ja den. Ich kenn ja den bei der Leute. Ja, moin Achhi. Willst du auch noch mit? Kann Achhi dich eigentlich aus meiner Hand klauen? Ach, zu spät. Okay. Okay, gut zu wissen. Nee, also aus deiner Hand nicht, aber Irgendwann kann Junk aus dem Ding entkommen. Aus dem Seiden. So. Das siehst du dann, wenn du auch gefangen wirst. Als Überlebender. Ja. Das ist gut, Leute. Junge, er hat mich. Ja, aber ich wollte den eh wieder nicht rechtzeitig da hinkriegen, weil ich nicht weiß, wo die Dinger sind. Ja, bei der Map. Ja, ich weiß, aber die sind viel zu weit weg. Wir müssen die andere Map machen, da ist viel geiler. Aber er campt nicht, das ist das Ding. Ja, warum auch? Ist doch langweilig. Bei dem Spiel musst du mal campten, Digga. Nee, musst du nicht, Digga, er campt nicht. Ja, dann verkackt der aber, siehst du dann. Digga, feed nur, Alter. Ja, ich weiß, dass du da bist. Digga, Domi. Ja, bitte. Ich weiß, wie du das machst. Okay, okay. Ah, du Hund. Hast du den Föderschein, Bro? Nein. Digga, hast du überhaupt den. Mit. 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 ff tak tak diga ff warte doch mal diga fliegt mau alter er treibt es warte ohaaa warte wie ausrastet diga tschsch wir machen ihnen das aber grad auch voll leicht nein eben nicht Das ist doch voll Zeitverschwendung, man. Er macht das uns voll schwer. Das ist doch voll die Zeitverschwendung. Aber wenn ihr jedes Mal Leben verliert und ihr nicht den PC fertig kriegt, ist doch gut. Ey, machen wir nochmal. Digga, feed Moe, Alter. Was ist das? Jetzt ess ich mal meine Füße, Digga. Digga, feed Moe, Alter.